Nun, dass wir weder vom Insolvenzgericht Rostock noch vom Insolvenzverwalter der ADKADA GmbH eine gehobene Meinung haben, das dürfte unseren Stammlesern bekannt sein. Auch dass wir in der jetzigen Corona-Pandemie-Situation eine solche Versammlung absolut nicht nachvollziehen können. Möglicherweise siegt aber sowohl bei dem Insolvenzverwalter, als auch beim Insolvenzgericht des Amtsgerichtes Rostock die Angst vor weiteren medialen Diskussionen, wobei diese jetzt möglicherweise erst richtig anfangen könnten, erst recht wen die uns zugetragenen Informationen stimmen sollten. Nach diesen Informationen hat sich der Insolvenzverwalter, möglicherweise in Mitarbeit des Insolvenzgerichtes in Rostock, einen Plan gemacht, um sich sein Insolvenzverfahren zu sichern und die Anleger ausrutschen zu lassen. Möglicherweise will er damit aber auch versuchen eine befreundete Rechtsanwaltskanzlei das große Geld kassieren zu lassen. Etwas was wir bereits vermuteten, als wir nähere Erkundigungen über den Insolvenzverwalter eingeholt hatten. Nun hat man uns zugetragen, dass der Insolvenzverwalter möglicherweise nur ihm genehme und zugedachte Stimmen in der heutigen Gläubigerversammlung werten lassen will. So will er zum Beispiel die Forderungen des Finanzamtes voll anerkennen. Ungewöhnlich bei dem Verdacht auf ein mögliches Schneepallsystem, so wird dem Finanzamt Rostock eine hohe Anzahl von Stimmen zugeschustert. Normalerweise müsste sich das Finanzamt Rostock der Stimme enthalten, soll aber angeblich für den jetzigen Insolvenzverwalter stimmen wollen, wie uns zugetragen wurde. Alle Gläubigerforderungen bis auf eine hohe Darlehensforderung eines im Wohl möglicherweise wohlgesonnenen Gläubigers, will er allerdings bestreiten. Sobald wir dessen Namen haben, werden wir auch über diesen natürlich öffentlich berichten. Stimmen unsere Informationen dann müsste sich jeder Gläubiger die Forderung beim Insolvenzverwalter einklagen, denn diese hat er ja alle bestritten. Dies lässt auf einen Megadeal zugunsten einer, möglicherweise mit dem Insolvenzverwalter Befreundeten, Kanzlei schließen, welche dann mit der Abwehr der Forderungen beauftragt wird. So kann man die Insolvenzmasse der geschädigten Anleger natürlich auch bewusst vernichten. Jeden der sich an diesem System beteiligt, so unser Versprechen, werden wir mediales Feuer unter dem Hintern machen. Mit dem Finanzamt Rostock und dessen Chefin Julia Freudenberg werden wir hier und jetzt beginnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017